Machst du jetzt von allen im Bild? Mhm. Now he can relax and lie down a little bit. Er kann da hier ein bisschen hinlegen. Ja. So. Joe. Joe, you're becoming a video-starter. Das hat er gerne. Hm? Anfassen hat er gerne. Ja? Ja. Kann man stundenlang machen. Hältst du einmal das Bein so fest? Aha. Da haben wir das Problem. Halt auf. Kommt da gleich was. Da haben wir das Problem. Ich denke, es wäre gut, wenn man mal überlegt, ob man ihm ein bisschen hinten was abschneidet. Was abschneidet? Das Problem. Oh, bei dir sagt er nichts. Bei dir macht er ein Theater. Ich habe ihn ja sediert. I gave him something to sleep. Ach so. Es wäre gut, wenn wir ihn mal kastrieren. It would be good if he's neuter. Können wir das mal machen? Maybe. Maybe. Now that he's here. Was? Sag mal was. Vielleicht. Da er jetzt da ist, sollte man die Chance gleich nutzen. Ja, wenn du eine Zeit hast. Ich habe ihn ja sowieso müde gemacht. Ja. Gute Mahnung. Das ist ja Wahnsinn. Würmse, Würmse und noch eine Gewürmse. Die kann man nicht wegschneiden, die Eier, oder? Doch, doch. Kann man schon. Aber wie gesagt, ich würde das überlegen, jetzt gleich sofort zu machen. Aber der Hodensack wird nicht entfernt. Für nur den Samenschrank, oder? Nee, auch nicht. Die Hoden selber werden entfernt, aber nicht der Hodensack, nicht die Haut drogen. Waren Sie ihn da? Ja. Weil das ist halt die Stelle, die... Und die kann man so schön raus. Aber sobald ich da hingegangen bin, da hat er nach mir gebissen. Naja, das ist so schmerzhaft. Und so ist er sonst nicht. Deswegen ist es ja auch so geschwollen. Naja. Geschwollen heißt immer Entzündung. Entzündung und Entzündung. Tut weh. Und jetzt habe ich auch. Jetzt habe ich auch noch ein paar. Da hast du auch schon einen Griff dafür. Da habe ich heute Morgen schon mindestens 20 rausgemacht. 20? Ja, bestimmt. Gut. Du kamst für deine Mango Worms. Jetzt werden deine Balls verloren. Das haben alle zu mir gesagt, weil er doch immer gerne abhaut. Ja, ja. Und Winnie sagt, er hat ja seine Adi kastrieren lassen. Jetzt sind alle relaxt. Ups. Das war ein nasty. Das funktioniert besser, wenn man es mit zwei Händen macht. Weißt du das? Das funktioniert besser, wenn man es mit zwei Händen macht. Ja. Ja, das ist immer hier. Das war eine Brustwarze. Doch hier. Ja, die Brustwarze. Da tue ich auch manchmal dran um. Weil ich denke, das ist ein Mammel. Ach ja. Wir lassen uns gleich... Da sind alle. Da ist alle. Da sind alle. Untertitelung des ZDF, 2020